ja hallo und herzlich willkommen meine lieben freunde im oder bei geld verdienen im internet mit trading mit binären optionen mit forex mit krypto und mehr ihr seht wir haben hier eine neue strategie eine neue strategie ich bin hier schon am ersten trade ihr wollt so ersten trade gesetzt nach unten die heißt bt man version 2 und zwar ist es eine strategie die mit heiken aschis funktioniert der triple zickzack und mit stochastik indikator stochastik zickzack und heiken aschis ist wirklich wunderbar sonderbar einfach zu trainen also wirklich einfach ist eine minuten strategie ich trete eine minute und zwar bedeutet das wenn wir ich sage euch gleich die ein schritte also wie ihr reingeht werde ich euch gleich sagen wir haben hier noch 18 sekunden ist eigentlich sehr sehr anfänger tauglich sehr anfänger tauglich einfach zu verstehen und einfach zu traden eben das wichtige ist hier der triple zickzack der gibt uns die bomben signale triple zickzack seht ihr im gewinn 230 eingesetzt 441 zurück der triple zickzack gibt uns den gewinn wir schauen mal hier noch was haben ja hier nicht hier sind wir schon durch hier könnten wir beim macki jetzt noch mal einen trade nehmen nach unten ganz einfach der triple zickzack wenn uns in dem pfeil bringt warten wir ab also triple zickzack bringt uns einen pfeil wie lange haben wir noch wartet 26 sekunden zum zickzack muss uns einen pfeil bringen stochastik muss über der 80er linie sein und die erste rote kerze muss da sein für nach unten traden das ist wo sind wir denn bei mcdonald wo ist mcdonald habe ich nicht da mist verpasst musste macki dann haben wir noch eine sekunde und ich bin im trade drin macki nach unten also hier sehen wir es ganz einfach triple zickzack pfeil gebracht dann warten wir bis die stochastik über der 80er linie ist nach unten zeigt ist auch da und dann warten wir die erste rote kerze ab die parabolischen die habe ich rausgenommen die waren nicht wirklich hilfreich kann man rausnehmen schließen so also das hier ist genau die strategie die wirklich mega einfach zu verstehen ist wo ihr mega mega viel geld damit verdienen könnt wir sehen hier ist eine minuten strategie also wir haben hier die kerzen sind eine minuten die harten er schießt die er schießt sind eine minute und ja ablaufzeit ist ebenfalls eine minute mcdonald seht ihr auch im win chicken chicken dinner winner chicken dinner wie gesagt ganz einfach zu verstehen die petainment strategie als allererstes warten wir hier erstens auf den triple zickzack pfeil hier auf den dann wenn er da ist zum beispiel nach unten wenn er jetzt nach unten zeigt dann schauen wir hier unten auf den stochastik stochastik wenn er nach unten zeigt also die 80er von oben nach unten durch stochen zeigt nach unten nummer zwei passt dann als drittes schauen wir dass wir die erste rote kerze wenn wir nach unten schäden fertig sind und nummer drei dann eben hier in die zweite rote kerze reingehen drittens da gehen wir in den trade rein und das für genau eine minute eine minute und dann läuft die geschichte also ist wirklich eine top strategie top top strategie die wir dort reden und ja das wäre es hier eigentlich glaube ich erst mal gewesen war wir sehen wir auch wieder seht ihr an er hatte gar kein pfeil gebracht hier ist gar kein pfeil dann gehen wir hier gar nicht rein wenn der pfeil nicht da ist hier ist der pfeil wieder da klar ja also ihr seht ich habe euch gezeigt wie die einstiege mit dieser strategie sind wirklich wirklich mega geil ich warte hier nochmal ab und macht dann noch ein paar trades einstiege erklärt wie bekommst du die strategie denn eigentlich kostenlos ganz einfach wenn du in der trader gang bist in der trader gang bekommst du solche strategien die ich vorstelle auf youtube kostenlos ganz einfach wie kommst du die trader gang in dem du unterhalb des videos auf den link drückst für pocket option für diesen broker hier die ich registrierst über unseren link mindestens 500 dollar einsatz und mir dann per whatsapp whatsapp link ebenfalls unterhalb des videos in der beschreibung per whatsapp schickst du mir deine trader id die trader die findest du hier dann check ich das schnell alles ob du wirklich über uns angemeldet bis eingezahlt hast und wenn alles post dann schiebe ich dich sofort in die trader gang rein ja jetzt sind wir hier schon wieder können wir gucken bei mcdonald's und microsoft sind wir eigentlich schon wieder auf der richtigen spur machen wir zu dass ich dem nächsten signal wieder erkenne ja also ich würde sagen microsoft mcdonald's könnte noch mal kommen apple haben wir kein pfeil ja dann warte ich mal ab machen kurzes päuschen und nehmen euch bei den nächsten 23 jetzt noch mal mit so meine freunde er hat hier mcdonald's gebracht schaut mal mcdonald's hat er noch mal gebracht bin mal gespannt wir sind hier bei mcdonald's seht ihr hier ist er über der 20er gewesen visa was sagt der visa der visa könnte kommen also visa könnte ich nehmen denn da haben wir hier einen echt starken abwärtstrend auch visa würde ich nehmen wo ist visa visa da 92 prozent visa nehmen wir ja wie lange haben wir noch 57 58 59 und bin drin bin drin im trade jawohl visa die freiheit gebe ich dir sehen wir jetzt wieder hier wir sind über über der 80er gewesen können wir mal gucken hier bei visa sehen wir roter pfeil nummer 1 über der 80er abgeknickt nach unten und ja erste rote kerze auch mal gucken also wir gucken noch mal erstens hier zweitens hier drittens hier und gehen den trade ein trade so hat alles gepasst 17 sekunden noch für den trade 17 seconds und ich bin gespannt aber wir den kriegen neun sekunden dürfte aber nichts verkehrt laufen dürfte nichts verkehrt laufen und wir haben den trade uns auch geschnappt ja freunde das ist wirklich eine nice strategie ich habe jetzt hier in kürzester zeit fast 1000 dollar wieder verdient mit dieser strategie bitayment version 2 wie gesagt hier die parabolischen auf die schaue ich nicht wirklich die haue ich raus die werden aber im template dabei sein für euch ich haue die raus aber ich tue die im template für euch mit rein mir ist eben hier nur wichtig wirklich der triple zickzack und die stochastik und läuft wunderbar ihr habt gesehen hier das waren wirklich live trades die richtig schön reingeschossen haben die richtig richtig schön reingeschossen haben und nichts mehr hier wärme reingekommen ja da würde ich sagen freunde das wäre es gewesen mit dem video für euch und ich würde sagen wir sehen uns im nächsten video happy trading meine freunde gibt mir bitte einen daumen nach oben gibt mir einen kommentar in dem video und wer mich noch nicht abonniert hat aber sofort abonnieren und auf die glocke drücken wie gesagt alle links unterhalb des videos in der beschreibung und ja laden euch das unter in der trailer gang ich schiebe es gleich hoch das gute template bis gleich meine freunde balaboom balabang happy trading